Oh, ich ertrünke! Nein, ich kann nicht mal was machen. Ist das geil. So. Halt! Halt! Zurück. Hier war was drinne. Lass. Beschäftige du dich mal mit den Steinen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist der scheiß Anderman? Wenn ich ihn hören kann, muss ich ihn auch sehen. Eigentlich. Oder? Das war ne Fledermaus. Ah, da unten hab ich auch so ein Loch gebuddelt war. Ach, Leute. Manchmal ist man so ein bisschen verwirrt. So, Glas sollte jetzt echt... Also das... Also am Glas sollte es jetzt nicht mehr liegen. Das Glas kommt nochmal weg. Davon haben wir ja noch... Einmal Sand weg. Nochmal Sand weg. Oh, die Fledermaus geht mir ja dermaßen auf den Keks. Jetzt schon. Wer das eingebaut hat, hier diese Fledermaus-Geräusche, ne? Gleich am Pranger stellen, erschießen. Aber ob ihr's glaubt oder nicht, die scheiß Viecher hören sich wirklich so an. Ich weiß das. Ich hatte schon mal einen im Zimmer. Es ist nicht schön. Einer zu viel, ne? Ein Ofen. Ein richtig heißer Ofen. Ja, damit... Gleich rennen wir dem nächsten Zeugs. Oh, die Kohle ist ja schnell am Verbörn hier, wa? Hier ist noch Kohle drin. Hier ist ja auch noch Ofen. Siehste? Ja, da steht da eh scheiße. Ja, wir bauen Kich, den. Oh, das sieht auch nach Verwetter aus. Oh, das stimmt ja, man kann die ja nicht. Okay, dann machen wir das. So. Genaau, so. Sortieren wir das mal anders. Ja, eine Folge, wo ich sortiere. Größtenteils. Ist das toll. Aber egal. Ich werde euch hier nichts vorenthalten. Sachen reinpacken, die man auch gelegentlich mal braucht. Wie Steine, Sand und sonstiges. So, hier ist noch eine Stufe. Gut, das brauchen wir alles. Das brauchen wir vielleicht da hinten auch. Wäre ja nicht schlecht. Aber da müsste ich theoretisch nochmal... Steine müssen ja erst wieder alle gebacken werden hier hundertmal. Das brauche ich hier gar nicht weitermachen. Ich kann aber gucken, was hier in den dunklen Gefühlen... Alter, welcher Creeper hat denn hier so ein Loch reingezimmert? Oder war ich das? Das ist gewittert. Das ist gewittert. Da ist eine Fledermaus. Da ist erstmal nichts. Da ist es scheiße dunkel. Und da ist es ja... Und das ist ja... Ich hoffe, ich finde hier nachher noch aus. Oh, Leute. Ich brauche eine neue Hacke. Ähm, Licht. Ja, das Eisen bringt mir nichts, wenn ich keine Kohle habe. Ah, hier ist bloß Dings, okay. Okay, wo es hier lang geht, haben wir jetzt gesehen. Die dunkle Hacke erschreckt uns erstmal nicht. Gott, wie komme ich hier bloß wieder raus? Ähm, ja. Ah, ich glaube hier lang muss ich, ne? Ja. Ah, hier war das, wo das ganze Wasser ist. Alles klar. Ich weiß, wie ich hier fährt, wo ich bin. Oh, gut. Der Ofen macht immer noch Halligalli. Der macht auch Halligalli. Sehr schön. Was habe ich hier eigentlich nicht erst drin, ne? Die sind hier stehen. Holz haben wir ja nun nicht. Oh, wir haben ja noch... ...unverarbeitete Sachen. Die sind ja auch nicht hässlich. Ich... ...gegen mal ein... ...und dann... ...und dann... ...eichenholz... ...dududududu... ...eichenholz? Näh, das wäre zu viel gemischt, oder? Das wäre ein bisschen fett... ...glas... ...weichenholzstufen. Erde, Erde, Erde. Sand. Sandstein. Steine. Das kommt auch hier rein. So, und der Rest ist... ...ja... ...Müll! ...ja, nicht ganz alles Müll, aber... ...ne, ihr versteht mich schon. Kann ja jeden Scheiß mit sich rumschleppen. So, Birkenstufen... ...Steinstufen... ...ein bisschen Stein ist wieder dabei. ...ja... ...joa... ...da war noch Kohle. Ich wusste doch, irgendwo... ...hade ich Kohle vergessen. Wer suchet, der findet. ...ja... ...gefällt mir hier... ...gibst Kohle... ...nicht wenig. Muss man ja mal sagen. Ja, das nennt man, äh... ...gekonnt mal abstürzen. So wie Windows das so öfter mal macht. Gekonnt abstürzen. Und die eigenen Probleme nicht behandeln. Gekonnt abstürzen. Gekonnt abstürzen. Blub, 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 blub. Hier haben wir mal reingehauen. Hier haben wir auch mal reingehauen. Hier war wohl mal was drinne. Gekonnt abstürzen. Gucken wir doch mal was wir sonst noch... ...k connais. Licht! So, weiter, 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 gelegentlich, man, habs tiefer gehen. Okay, ich glaube, hier gibt's entweder nichts oder ich muss noch tiefer. Aber naja, wir nehmen ein paar Steine mit und wissen, dass hier weiter nichts ist, oder? Okay, ich könnte mir natürlich ein schönes Radar holen, das zeigt mir an, wo was ist, aber das wäre ein bisschen zu einfach, ne? Wenn ich wüsste, wo alles ist, wenn ich in der Höhle rumkrieche, dann wäre... Okay, hier ist erstmal weiter nichts zu sehen. Kann ja auch nicht so viele Gänge reinhauen, am Ende weiß ich nämlich dann nicht mehr, wo ich lang muss. Genau, ähm, ja, hier sind wir. Was machen meine Backofens? Sind immer noch schwer am Stein im Backen, sehr schön. Der braucht Futter, kriegt er. So, läuft. Läuft auch. Den will ich. So, zack, 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 einmal umsortieren. So, was war hier? Hier sind auch keine Steinchen mehr drin. Hier muss ein bisschen Kohle wieder rein. So. Kiste, lass mich in die Kiste. Mir gehen die Steine aus. So, okay, da ist ein Ofen. Ah, ich hab noch. Ofen in der Tasche. So, renn damit. Und ich glaube, oben bratet auch noch einer. Aber in der Wüste regnet es nicht. Auf jeden Fall ist es in dieser Wüste. Was ist jetzt Tag bis zur Nacht? Ich glaube es Tag war. Oh, okay. Oh Gott, ich muss weg. Ich muss weg. Ich habe ihn angeguckt. Das Geräusch gehört hat mich schon. Oh, Alter. Was ein krankes Sohn. Warum steht der da, wo ich bauen will? Ist ja nicht ganz dicht. Das sind scheiß Inder-Schwuchtel-Man-Fie-Piss-Dings. Man. Ich glaube, er ist noch nicht dabei. Noch noch eins. So. Okay, mal einer. Ich habe ja auch noch Ofens. Ich habe ganz vergessen. Jede Ecke in Ofen. Hier ist was los. Ja, wir springen und tun uns weh. Was geht hier ab? Ich glaube, ich muss mal... Nimm das wieder mit, sage ich dir. Diese Geräuschkulisse hier andauert. Ey, ist ja Wahnsinn. Äh, äh, Zombies in Action. Soll ich nicht gut, soll ich mal da hängen gehauen, oder? Bin ich auf den Sack, Jungs? Ach so, genau. Das Holz wollte ich ja so beibehalten. Die Schaufeln bleiben. Das kommt erstmal hier rein. Der Sand kann auch was. Erstmal brauche ich das jetzt. Direkt nicht. Ah, vielleicht indirekt. Man weiß es nicht. So, zum Bauen. 64... Das ist noch zu wenig. Mehr Steine. Ich brauche mehr Steine. Ich habe zwar einen Schaden, aber ich brauche mehr Steine. Und wir gehen die Treppe hoch. Das war ja auch nichts Spannendes. Alles hier in der Keks ist noch drin, ein paar Steine, ein bisschen Zeugnis, Weiche, Kies, Eier, gebratenes Schweinefisch. Kann man nicht aus dem Pfad noch was machen. Kann man nicht aus dem Pfad noch was machen. Genau, das Pfad kann ich wollen. Aber ich glaube, ich habe nicht so viel Pfaden, oder? Ich muss mal in den unteren Kissen gucken, warum ich da auch nicht noch... Weil, dann könnte ich mal... ...meinen komischen Vogel hier im Bettchen bauen. Ah, nur zwei Stück, wa? Kann ich aus der Feder machen? Kann die auch was? Nee, die Feder ist... Irgendwas war die Feder. Gut, ich weiß es jetzt nur nicht mehr. Los weg mit dem Schmo. Wir haben noch Knochen, wir haben Federn... Knochen haben wir... Wir haben Spinnenauge, wir haben verrottetes Fleisch... Wir haben Guuuuul, Digga. Da haben wir noch Erde, massenweise. Wir haben auch gebratenes Hühnchen. Gebratenes Ding. Aber ich nehme den Faden einfach mal mit, damit ich das nicht vergesse. Ach, wir können uns noch ein paar Rosen in den Garten pflanzen, siehste. Kaktus haben wir noch. Hier ist auch noch mal... Oh, ich wünsche. Das Gold kommt erstmal in die flechtige Kiste. So, wo kriege ich jetzt noch einen Faden her? Töte einfach ein paar Spinnen, ist klar. Oder waren das die Skelette mit dem Faden? Ja. Oh Gott. Ähm, ja. Ja, wir gucken uns mal auf und sehen. Erstmal rechts. Wir gehen einmal durch den Regen. Was ist denn? Was geht denn? Hier gibt es Sonne. Ey, Regen ist verletzt. Aber er beginnt wieder rein. Und dann erstmal die Folge weg. Zählen zum Alter. Na gut, denn bis zum nächsten Mal, Leute. Wir rennen ja home.